Einen wunderschönen guten Namen, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten kleinen, aber feinen Indie-Projekt auf meinem Kanal, Hearts. Ja, ich glaube, das spricht man so aus, oder? Also korrigiert mich, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Das ist ein kleines Horror-Game, was ich auf Steam gefunden habe, wahrscheinlich noch ein relativ unbekanntes, weil ich dazu auf YouTube auch noch überhaupt keine Videos gefunden habe. Und das Spiel wirkt mit exzellenter Grafik und einer wunderschönen Sound-Kulisse und kleinen Rätseln. Und da bin ich mal wirklich gespannt, was uns hier erwartet. Und das hat zwei Schweizer Franken auf Steam gekostet. Also wir können wirklich davon ausgehen, Leute. Wir können davon ausgehen, dass das das Exzellenteste vom Exzellentesten ist. Und ich gucke jetzt nochmal kurz bei den Einstellungen. Wir sehen schon hier, es ist eine Überauswahl an Features, die wir haben. Von Grafik bis hin zum Sound, bis hin zu welchen Spielvarianten und allem Möglichen. Wir können da lauter und leiser schalten und das ist schon mal geil. Und ich weiß nicht mal, was für eine Sprache... Ja, okay, wir belassen das mal auf Englisch. Was haben wir noch bei der Info? Okay. Ne, das wollen wir nicht. Ich glaube, wir fangen einfach mal an, weil ich glaube, ich schnackele sonst wieder nur um den heißen Brei. Warte, warte, bei Extrasse will ich noch gucken. Oh, geil. Da steht das Spiel ab, wenn ich das drücke. Dann starten wir das gerade noch einmal von vorhin. Also, es kann nur geil werden, Leute. Es kann wirklich nur geil werden. Also, nochmal Englisch und Play. Also, gut. Ja, ein Haufen Text, den ich jetzt gar nicht lesen will. Ich glaube, das wird so eine Rubrik irgendwie so Scheiß-Games, die ich mal gefunden habe und mit euch antesten will. So nenne ich das. Genau, Scheiß-Games, die ich mal gefunden habe. Das ist das neue Format, was ich jetzt bringe. Einfach mal Scheiß-Games, die ich gefunden habe. So, für zwei Franken, das werden bei euch ungefähr, keine Ahnung, irgendwie so 1,50 Euro sein. Ähm, das Game, das wird mich schon mal gehauen. Das ist ein Alien Isolation, ähm, 2018. Was lädt denn das da so lange? Ohne Scheiß. Das hat sich doch sicher wieder aufgehängt, oder? Also, wenn ich jetzt noch länger warte, muss ich das wahrscheinlich wieder schneiden. Ah, wir warten einfach zusammen. Wir warten und warten und warten und warten. Wir warten noch, muss ich schon zurück oder so? Das ist jetzt, schaß das Spiel auch. Okay, vielleicht muss ich schon mal starten. Ich starte schon mal, machen wir es nochmal schnell. So, mal schließen. Und mal starten. Ich bin jetzt, kam mir das hier, oder? Ohne Blake, also. So, schauen wir es noch mal. Ich habe es jetzt noch erstes vom Laden. Komm, ich bin hier rein. Jo, ich schneide es auf jeden Fall. So, ich schaue es hier aus. Jawohl, wir sind drin. Oh mein Gott. Ich werde es auf jeden Fall vorspulen. Das hat jetzt sicher fünf Minuten gelaufen, bis ich hier drin war. Also, laufen, WASD, rennen mit Shift, mit Tab, das Journal öffnen, interagieren und zoomen mit linker und rechter Maustaste. Sehr schön. Okay, das lesen wir jetzt nicht alles durch. Ich möchte gerne jetzt mal die Welt ein wenig... Oh, die Grafik ist ja mal richtig geil. Wow, das ist ein Until Dawn, keine Ahnung was. Guck mal, hier haben wir was. Ein Brief. Schön. Also, wie gesagt, ich... Das, das, das... Ich glaube, dass wirklich, dass das... Nicht gerade das Schmuckstück von den Schmuckstücken ist. Deswegen gucke ich einfach, dass ich hier mal so... Ist das dein scheiß Ernst? So. Dass ich hier mal ein bisschen durchrasche. So. Wie gesagt, das wird so eine neue... Neues Format von mir. Da tue ich einfach mal so scheiß Games ein bisschen... Oh mein Gott! Wir haben Blut gefunden. Ähm. Ah. Okay. Nein! Gustav, was ist mit dir passiert? Aber ein Schlüssel liegt noch da. Unglaublich, wie schön sauber hier alles außenrum ist. Okay. Was haben wir hier? Guck mal, das kann man ja aufmachen, du. Ne, das kann man nicht aufmachen. Ja. Ich muss schon sagen, das Bad ist sehr schön eingerichtet. Das Feng Shui, das stimmt, meine Freunde. Das stimmt einfach. Da kommt die Kacke wie von allein hinten raus. Gut. Ein Kunstwerk. Warte mal, können wir hier gucken. Hier wäre dann die Küche oder was? Okay. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal. Das Game, das stand so auf Steam. Das wirbt mit atemberaubender Grafik und, ähm... Hey, cool. Und einer Soundkulisse die oberste Liga sein soll. Da war doch Mozart selber am Werk gewesen, bei der Musik im Hintergrund. Okay, wir haben einen Schlüssel. Und was können wir damit machen? Wir können hier raus, oder? Ne, können wir nicht. Och, was soll denn der Scheiß? Egal, wenn ich drücke. Egal. Da kommen wir nicht rein? Ne, da kommen wir nicht rein. Wir haben einen Schlüssel, aber wir kommen da nicht rein. Gut, wir gehen mal oben gucken. Weil oben... Oh, da kommen wir sicher rein mit dem Schlüssel, oder? Ne. Aber wir können das Journal öffnen. Ah, da können wir nur lesen, was wir da vorhin gefunden haben. Das interessiert mich aber jetzt gerade gar nicht. Okay. Ähm. Jo. An der Stelle, das Spiel ist wahrscheinlich zu Ende. Vergesst nicht zu bewerten. Wo muss ich denn lang? Mann. Boah. Super. Oh, guck mal, hier hat der Nächsten zurück. Oh, das ist sicher sowas wie Slenderman, oder sowas, nicht? Also, hier liegt das Messer, ne? Da ist Blut. Ja. Okay. Ähm. Der hat den Schlüssel dabei. Was wollte er denn mit diesem Schlüssel? Hä? Hä? Okay. Okay. Wir haben doch... Wir haben doch einen Schlüssel. Wieso können wir denn... Und wieso stand eigentlich rechts, dass... Dass wir mit... Mit... Mit rechts zoomen können? Ah, da kommen wir jetzt rein. Sehr schön. Überliegen diese Priefe... Äh, Priefe am Boden. Was haben wir hier? Nichts besonders. Eine Pfeife. Eine einzige Pokerkarte. Eine Pokerkarte. Äh, Press, äh... BN to change on... Minutum Sequential Times. Oh nein, ich muss ja jetzt da irgendwas machen. Okay, cool. Haben wir gemacht. Oh, ich glaube, ich muss den Brief schnell mal lesen. Ich glaube, da stand irgendwas drin. Von wegen... Was ist der erste oder der letzte? Pfeile? Pfeile? Okay. Okay. Oh, was haben wir hier? Ah, egal. Gut. Schön. Ah, ich höre tatsächlich Regen im Hintergrund. Können wir das Licht auch an- und ausschalten? Geht das? Ne, das geht nicht. Hier können wir auch nichts aufmachen. Ich gehe nochmal hoch. Okay, da geht's auch nichts mehr. Also, wir müssen auf jeden Fall was mit der Uhr machen. Das heißt, ich muss mir jetzt die Brief hier nochmal in aller Ruhe durch... Oh, guck mal, hier können wir was machen. Ist das denn dein Ernst? Da ist eine Tür versteckt. Ja, das sind ja mal Heilunken, hä? Das sind sicher Drogenbanditen hier. Haben sie da oben das Marihuana versteckt? Aha. Okay. Aha. Ich verstehe. Überhaupt nicht. What the fuck? Da ist eine Eins. Okay, pass mal auf. Hä? Was? Okay. 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 Oh. Nee, das ist nichts Besonderes. Das ist auch nichts. Was zum Teuf... Hä? Ja. Hä? Geh nochmal her. Nein. Nein. Was soll man das denn bringen? Are you fucking kidding me? Okay, warte schnell. Ich geh mal nach unten. Uh. Jetzt habe ich mich tatsächlich sogar ein bisschen erschreckt. Oder habe ich die Tür jetzt aufgekriegt? Nee, habe ich nicht. Okay. Irgendwas ist passiert. Wir müssen auf die Suche gehen. Irgendwas ist passiert. Läuft die Uhr eigentlich jetzt weiter? Das war mein Bauch gewesen. Ich dachte, da habe ich gerade was gehört. Nee, ähm. Ah, guckt mal. Das Symbol ist doch da oben auch drauf gewesen. Ja, aber was soll mir das denn bringen? Okay, wir gehen nochmal ein bisschen gucken. Was haben wir denn hier? Vielleicht sind irgendwelche Räume aufgegangen. Nee, auch nicht. Raus kommen wir sowieso nicht. Und hier haben wir auch nichts. Ich glaube, ich tue da sogar eigene Musik im Hintergrund reinfügen. Ich meine, wenn die schon sagen, dass da so... ...super coole Soundkulissen sein sollen. Mann! Verarztungskasten, also Erste-Hilfe-Kasten. Hä? Ja, machen wir wieder zu. Ey, ich drehe gleich am Rad hier. Oh, wir können die Tür auch wieder zumachen. Das ist schon mal gut. Das funktioniert. Das ist super. Hier gibt es noch irgendwas zu finden. Der liegt immer noch da vormunter drin. Nee, ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Also der Sinn von einem Rätsel ist ja eigentlich schon, dass man das auch irgendwie lösen soll und nicht einfach nur raten soll. Also ich gehe nochmal nach oben. Das war... Geh doch weg! So. Das Zeichen war doch hier auch auf dem Klavier gewesen. Jo. Und das sagt uns was? Das Teil kann ich nicht verstellen. Eins. Dann machen wir hier... Hä? Warum ist denn das jetzt eben gerade? Machen wir mal eins, zwei, drei, vier und fünf. Kommen wir rein? Na. Muss ich gucken, wie viele Striche hier drauf sind, oder was? Was? Habe ich das Gefühl, das wird immer dunkler, oder kommt mir das nur so vor? Ach, ich weiß doch nicht. Ähm. Guck mal, das ist eine vier. Warum eine vier? Weil ich sehe da eins, zwei, drei, vier Flächen. Okay. Da haben wir eins, zwei, drei Flächen. Und da haben wir... Oh Gott. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Jo, klasse. Und da sind es irgendwie nur eine. Ist doch... Keine Ahnung. Und da will ich dann, keine Ahnung, neun sagen. Einfach mal probieren. Oh, ist denn das dein Ernst? Super. Toll. Es ist egal, was ich mache. Ich komme hier nicht weiter. Oh Mann, was soll denn das? Ich will da rein. Oder die Zahl steht vielleicht je bei... Also passt mal auf, ich gucke jetzt nochmal bei dem Klavier. Unten kann natürlich sein, dass da die Zahl steht, die wir brauchen. Also, wir gehen jetzt nochmal zu dem Klavier, ne? Können wir hier was machen? Vielleicht ist da noch irgendwie... Oh, ey. Jetzt aber. Also. Vielleicht ist hier irgendwo eine Zahl versteckt, wisst ihr? Ja gut, das könnte eine neun sein. Könnte aber auch eine zwei sein. Gucken wir mal, ob die anderen Symbole auch irgendwo hier versteckt sind. Oh, das ist ja richtige Kunst. Wer hängt sich denn so? Bilder bitte in die Wohnung. Ey. Ah, so kann man zoomen. Okay. Das ist echt gruselig, man. So Bilder sich da reinzuhängen. Hmm. Oltes Radio. Aber ich sehe aber auch nicht mehr diese anderen Symbole. Ich habe jetzt nur das Klavier. Das ist... Oh, jetzt regt es mich langsam auf. Das ist ja das Symbol hier. Das war ja oben auch, ne? Okay, das könnte eine zwei sein. Sagen wir das mal. Aber die anderen, ich habe absolut keine Ahnung. Nein, 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 nein. Ich will jetzt oben nochmal gucken. Jo, die Tür ist offen. Warum auch immer die Tür jetzt plötzlich offen ist. Aber sie ist offen. Und das heißt, wir kommen weiter. Die Musik... Fickt gerade alles. Ey. Das ist auf jeden Fall das Highlight vom ganzen Game, dass man immer wieder auf den Desktop geworfen wird. Hier hat auf jeden Fall jemand... Hier ist jemand eingebrochen. Ich weiß nicht. Wollen wir die Polizei rufen oder wollen wir lieber gucken, was der Einbrecher macht? Wir gucken, was der Einbrecher macht. Also, gehen wir mal weiter. Hier kommen wir... Oh. Seht ihr eigentlich jedes Mal einen schwarzen Bildschirm, wenn ich das mache? Oder seht ihr jedes Mal mein Desktop? Ah. Schachbrett. Oh. Da will ich rein. Ah. Ah, das ist das nächste Symbol. Guckt mal. Genau. Okay. Mhm. Mhm. Okay. Hier ist auf jeden Fall das nächste Symbol. Das sagt uns schon mal viel. Und das bedeutet... Ich weiß nicht. Hier liegen zwei von diesen... Wie heißen die? ...die Stöcke einfach fürs Billiard spielen. Und eine Kugel. Und von wo kommt die Musik? Das Telefon klingelt vielleicht. Oh, das ist eine Tapete. Wunderschön. Ich wette mit euch. Am Ende kommt einfach so ein scheiß Jumpscare. Ich wette es. Das ist so die billigste Art von... Von... Von Horror. Konnte ich da gerade was machen? Ne, nicht wirklich, gell? Ne. Mhm. Überliegen diese Dingskarten rum. Aber das bringt mir ja nicht viel, ne? Also, dann gehen wir mal hier rein. Okay. Oh, hier liegt ein nächster... Oh, jetzt startet Photoshop. Ganz cool. So. Halt die Klappe. Ey. Sorry. Tut mir leid, Leute. Aber ey. Was ist das für ein Spiel hier? Hab's verstanden. So. Okay. Hilft mir jetzt aber auch nicht viel weiter. Ich glaube, das Ziel ist, dass man am Ende einfach durch diese Tür reinkommt. Oh, guck mal hier. Oh. Ey, Mann. Ey. Was soll ich denn hier machen? Hä? Wieso kommt denn hier die Hand? Aha. Ne. Kann man das vielleicht auf die Seite ziehen oder so? Geht nicht. Dahinter ist doch 100 Brunner Tür oder so. Oh, die Musik kriegt einfach nur noch auf. Was soll der Scheiß? Ich drehe hier gleich am Rad. Ist das dein Scheiß ernst? Mann. Wieso kommt denn hier die Hand? Ich kann doch gar nichts machen. Komm, leck mich doch im Arsch. Ah, hier ist ja noch ein Tür. Da ist jemand drinnen. Soll ich dich rauslassen? Geht nicht. Tut mir leid. Nicht möglich. Das ist ja gar nicht mehr auf, die Musik. Was soll denn das? Ah, hier unten hört es auf. Guck. Ah, wahrscheinlich sollte es heißen, hey, hier unten ist jemand, der hat gerade gespielt oder irgend sowas. Ne, nicht wirklich. Läuft hier überhaupt noch die Aufnahme? Ja, ja. Ich bin noch am Aufnehmen. Tipptopp. Okay, es hat hier unten also niemand gespielt. Heißt das jetzt, wir sollen wieder nach oben gehen? Oder vielleicht nach der Leiche mal gucken, ob es die noch gibt? Ich weiß nicht, wir schauen einfach mal nach. Ne, nicht wirklich. Ah, die haben gar kein Klopapier. Das ist der größte Horror von dem Game hier. Okay, jetzt gehen wir nochmal nach oben. Ist mir egal, wir gehen jetzt einfach nochmal nach oben. So. Hier hinten ist hier, hier ist ja einer drin. Ich denke, ich mache das Spiel gleich aus. Okay. Da war einer drin. Ach, da hat auf jeden Fall einer geklopft. So, okay. Oder sollen wir mit dem, mit dem, mit dem jetzt vorhandenen Rätsel, äh, das Ziel, das Ziel lösen. Ach, das Ziel lösen. Ich dachte zuerst vielleicht, oh Mann, was soll denn das? So. Dass die vielleicht auf irgendwas drauf zeigen, aber nein, nicht wirklich. Hier liegt wieder eine Karte. Hier ist, ja, gut, hier ist jetzt eine Zahl, aber das bringt mir ja nicht viel, oder? 1, 6, 1, 5, 3, 5. 1, 6, 1, 5, 3, 5. Ne, so viel musste ich ja gar nicht umstellen. Ah. Warum hat das die Musik aufgehört? Nur weil wir unten waren, oder was? Hier können wir nichts machen. Mann. Okay, und... Ey. 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 Ich glaube, das Spiel wird mich verarschen. Wir können doch gar nicht mehr machen. Das sind wahrscheinlich nur die Dialoge, die geöffnet worden sind, aber es ist wirklich schön zu lesen, was da auch steht, wenn die sich alle überlappen. Fick dich doch. Entschuldigung. Och, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Hey, ich schäbe mich langsam, so was auf meinen Kanal hochzuladen, wenn da nicht noch irgendwas passiert. Aber ich habe hier schon vorher gewusst, dass das Game nicht so geil wird. Für 2 Franken. Oh. Ohne Scheiß. Das regt mich richtig auf. Hat das einen Sinn, dass die blöden Karten hier liegen eigentlich? Hm. Jetzt muss ich das irgendwie zusammenrechnen, oder? Kann natürlich sein, dass die Karten... Ah, warte mal. Ah, nee. Nee, nicht wirklich, oder? Doch. Könnte sein. Guck mal. Vielleicht ist das wirklich so. Wo ist nochmal der versteckte Raum? Hier. Hier liegt es hier in der Karte? Genau. 3. Gut. Vielleicht bezeichnet das Zeichen jetzt eine 3. Bei dem Ausgang da, weißt du? Mit der Karte. Wisst ihr, was ich meine, ne? Mit dem Rätsel da oben, wo ich keine Ahnung hatte was. Also, schauen wir doch mal nach. Also, das war eine 3. Geht auch weg. So. Ja, geht. Ja. Da kommen wir nicht rein. Also, warte mal hier. Das war das gewesen, gell? Ja. Ich weiß trotzdem nicht, wo die anderen sind. So. Jetzt, bei dem Klavier liegt da, da liegt doch auch eine Karte, nicht? Also, wenn es das ist, dann, ja. Ist okay. Ja. Hier haben wir die, äh, 8. Ist das doch, oder? Die 8. Genau. Sehr schön. So. Das hier ist die 8 gewesen. Genau. Jetzt haben wir aber trotzdem noch 2 von diesen... Ja gut, das sind die anderen Räume wahrscheinlich. Schau mal. Lass uns mal schauen. Ja, warte mal. Das sieht aus wie so ein komisches... Äh, das sieht aus wie so ein Auge und das sieht aus wie so ein Schmetterling. Also, der Schmetterling des Auge müssen wir noch finden. Gut. Das schaffen wir, Leute. Also, ähm, ich glaube, überall da, wo Karten liegen, müsste eigentlich... Also, in dem Raum waren wir schon. Schmetterling und Auge, habe ich gesagt, ne? Genau. Also, in der Küche. Liegt hier eine Karte? Nee, aber oben in dem... In dem krummen Nachttisch, da lag ja noch eine. Ich weiß gerade nicht welche. Hier, genau. Hier ist die... Ich will das schaffen. Das ist die 5, ist das. Genau. Nee, ich dachte gerade, die Tapete sieht aus wie der Schmetterling, aber... Ich will nur trotzdem gucken, ob der hier irgendwo ist. Das würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall die 5. Haben wir noch. Ich finde jetzt zwar den Schmetterling nicht, aber ist jetzt auch egal. Hier hat... War hier auch eine Karte? Nicht, dass ich wüsste, oder? Also, das heißt, wir haben die 5. Ich wüsste aber gerne, welcher... Der Schmetterling oder das Auge? Ah, guck mal, da oben. Oh, ey, richtig versteckt. Okay, jetzt... Das finde ich wieder ein bisschen nice. Okay, da oben ist dieser Schmetterling. Das heißt, die Karte 5. Aber das Auge müssen wir jetzt noch finden. Nee, hier in dem Raum waren wir schon. Also, Schmetterling ist 5. Eigentlich nur in dem Raum könnte jetzt noch was sein. Oder bei der Leiche. Klar, wir könnten jetzt auch ganz dumm sein und einfach schnell die letzten 9 Ziffern schnell ausprobieren. Das mache ich jetzt auch gleich, wenn ich das nicht finde. Aber das will ich jetzt noch finden. Ein Moment, schnell. Da kommen wir nicht rein. Gut, das war 5 gewesen, ne? Der Schmetterling. Genau. Wir sind so schlau. So schlau. Detective Conan, Mann. Ich tue jetzt mal hier im Hintergrund die Detective Conan-Musik einspielen. Oh, da kriege ich wahrscheinlich noch einen Strike. Nur ganz kurz. Ich mache es jetzt dann. So, das war die 5. Genau. Weißt du, das kann ich natürlich, wie gesagt, das kann ich jetzt auch einfach ausprobieren. Sieht ihr, ich kann jetzt hier denn... 2 war es nicht, ne? 3. 4. Ist auch nicht. 5. Ist auch nicht. 6. Ist auch nicht. Hä? Aber da oben fehlt ja noch ein ganzes Teil. 7. Müssen wir das gefunden, oder wie? 8. 9. Okay. Ne, so einfach ist es dann doch nicht. Also auf jeden Fall müssen wir sowieso noch in den Raum mit dem Auge. Müssen wir mal schauen, wo das ist. Ist das gerade hier im Wohnzimmer? Ne. Hier ist ja auch noch... Hier war ja auch noch abgeschlossen. Hier waren wir schon in dem Raum. Da war ja das gewesen. Ja, und ich kann die Uhr verstellen. Was auch sehr schön ist. Das Auge fehlt noch. Ah ja, genau. Wir wollten bei der Leiche gucken. Im Bad. Hier ist aber keine Karte. Ne? Ne, hier ist keine Karte. Hier drin auch nicht. Hm. Hm, hm, hm. Watson, wir haben ein Problem. In der Küche haben wir ja schon eine Karte gefunden gehabt, ne? Ne, hier war auch keine. Nur mal genau gucken. Ja, aber das wäre mir aufgefallen, wenn die in der Karte liegen würde. Da drin? Ah! Da ist sie. Oh mein Gott. Was ist denn das? Eine 4. Und das Auge? Das ist wo? Naja, das wird hier irgendwo sein wahrscheinlich. Ich will aber wissen, wo. Hier? 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 Hä? An der Wand? Bin ich dumm? Na ja, auf jeden Fall ist es die 4. Aber die 4 haben wir ja vorhin ausprobiert. Die ging ja nicht. Aber das ist sicher richtig. Gut, okay. Wir können jetzt natürlich die 4 eingeben. Das kann natürlich gut sein. Und jetzt offenbart sich uns dann vielleicht noch irgendeine neue Möglichkeit. So, jetzt geben wir mal die 4 ein. So. Treppe. So, 4. Habe ich gesagt. Also 4 habe ich auf jeden Fall noch gefunden. Ob das Auge da war? Keine Ahnung. Ne, da reinkommen wir nicht. 8, 3, 5, 4, 1. Okay. Ähm. Vielleicht, eben. Vielleicht hat sich jetzt unten irgendwas verändert. Vielleicht geht oben, wo der Typ so lang geklopft hat. Vielleicht geht die Tür jetzt auf. Mann, ich mach doch überhaupt nichts. So. Ne, geht nicht. Toll. Ja, was? Ich drehe hier gleich am Rad. Habe ich das richtig gemacht? Ja, ne. Das war schon richtig. Okay. Wieso können wir das denn bewegen, aber nichts machen? Das verstehe ich hier bei dem Regal absolut nicht. Okay. Yo, alles klar, Sigi. Ähm. Wir müssen... Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Also das mit den Karten ist sicher richtig. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Habe ich da vielleicht einen falschen eingegeben irgendwo? Kann das sein? Hm. Oh, geht doch weg. So. Ey, es ist ja immer schwerer, da hochzukommen. Wird der immer dicker von Sekunde zu Sekunde. Hey, das haben wir richtig. Das war die 8, das war die 3, das war die 5 und das war die 4. Das haben wir in der Küche gefunden. Klar, das Auge. Hier fehlt aber ja noch dieses Symbol. Was müssen wir denn da machen? Das verstehe ich nicht. Ich gehe jetzt nochmal, ähm, in die Küche rein. Guck mal, wo ich das Auge finde. Ob mir das vielleicht irgendwas weiterhilft. Können wir hier was aus dem Regal rausnehmen vielleicht? Nee, auch nicht wirklich. Ja, da ist übrigens das Auge. Guck. Also das war auf jeden Fall richtig gewesen. Komisch, komisch. Tja. Ich drehe am Rad. Ähm. Ähm. Nee, Mann. Pass auf. Wir machen es sonst so. Falls ihr Bock habt, könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht noch ausprobieren soll. Und, ähm, wenn da was Gescheites dabei ist, dann werde ich noch einen Part machen. Und ansonsten, äh, beende ich das jetzt hier und weiß nicht, ob da noch was dazu kommt. Ähm, ja, wie gesagt, Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, das bis hierhin mitzugucken, ähm, lasst mir noch eine positive Bewertung da und dann werde ich vielleicht öfters nochmal irgendwie so 0815 Games bringen. Einfach nur so ein bisschen um die, ähm, äh, ja, keine Ahnung, ähm, so ein bisschen in die Lücken zu füllen, sozusagen, ne? Ich bin nämlich gerade am überlegen, was ich als nächstes Let's Playen soll groß. Und, ja, wie gesagt, wenn euch das gefällt, werde ich ab und zu immer mal wieder so ein Game bringen. Und, wie gesagt, wenn ihr noch eine Idee habt, was ich noch machen kann, vor allem auch hier bei der Zeit einstellen, was ich da, ob ich da irgendwas machen soll oder so, keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass man die einstellen muss und dann geht das auf und dann kommt da dieses Symbol raus und ich habe keine Ahnung. Ähm, schreibt es mir in die Kommentare und dann werde ich es vielleicht noch ausprobieren und das dann dazu aufnehmen und dann werde ich noch euer Kommentar inblenden. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr schaltet zum nächsten Projekt ein. Und, ähm, vielen Dank, dass ihr ein bisschen geguckt habt und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Nia, haltet ihr Ohren steif und ciao. Und, ähm, vielen Dank. Und,ини 자, wenn du Zeit für dich machst oder was gemacht hast,